Die Leistung der Effizienz Prinzipiell bestehen drei Möglichkeiten, die Leistung eines Motors zu steigern. Erstens lässt sich der Hubraum des Motors vergrössern. Zweitens kann man die Drehzahl erhöhen. Und als dritte Möglichkeit bietet sich die sogenannte Aufladung des Motors an. Die drei Prinzipien wollen wir im Folgenden kurz vorstellen. Hubraumvergrösserung Um mehr Leistung aus dem Motor zu holen, muss mehr Kraftstoff verbrannt werden. Dies geht aber nur, wenn man dem Motor gleichzeitig mehr Luft zur Verfügung stellt, denn für die Verbrennung braucht man den Sauerstoff aus der Luft. Die einfachste Möglichkeit besteht darin, den Hubraum zu vergrössern. Dieser kann dann infolge der grösseren vorhandenen Luftmenge mehr Kraftstoff verbrennen, wodurch sich die Leistung erhöht. Der Hubraum lässt sich vergrössern, indem man das Volumen der Zylinder vergrössert, sowie in der Animation dargestellt, oder indem man die Anzahl der Zylinder erhöht. In der Regel führt das zu großvolumigeren und schwereren Motoren. Für den Verbrauch und die Schadstoffemissionen sind dadurch jedoch Vorteile zu erzielen. Drehzahlsteigerung Die zweite Möglichkeit zur Leistungssteigerung des Motors ist die Erhöhung der Drehzahl. Dabei wird die Anzahl von Arbeitstakten pro Zeiteinheit erhöht. Der Motor dreht schneller. Allerdings sind hierbei schnell Grenzen erreicht, denn mit zunehmender Drehzahl steigen neben der mechanischen Beanspruchung auch die Reibungs- und Strömungsverluste überproportional an. Dadurch sinkt der Wirkungsgrad des Motors und der Verbrauch steigt an. Aufladung Bei den ersten beiden Verfahren zur Leistungssteigerung arbeitet der Motor als Saugmotor. Das bedeutet, dass die Luft für die Verbrennung aus der Umgebung angesaugt wird. Bei der sogenannten Aufladung setzt man die anzusaugende Luft bereits vor der Brennkammer durch Verdichtung unter Druck. Der Motor saugt dann zwar das gleiche Luftvolumen an, aber durch den höheren Druck gelangt eine größere Luftmasse und somit mehr Sauerstoff in den Brennraum. In unserer Animation wird dies durch die dunkelblaue Farbe der vorverdichteten Luft gezeigt. Aufgrund des erhöhten Sauerstoffgehaltes kann wiederum mehr Kraftstoff verbrannt werden, sodass die Leistung des Motors bei gleicher Drehzahl und gleichem Hubvolumen steigt.